Die Krümel der Gerechtigkeit sind wieder da! Im letzten Part wurden wir etwas verbrannt und jetzt sind wir die angekokelten Krümel der Gerechtigkeit Ein bisschen, wir sind nur ein bisschen verbrannt Wir sind doch eh schon verbrannt, da sieht man keinen Unterschied Wir lagen zu lang in der Sonne Willkommen zur tollen Welt Gefällt sie dir? Ich hasse sie Yeah! Ich habe mal gesagt, sie wäre nicht so schnell wie die Musikwelt Ich glaube, ich werde es bereuen Sie ist doch viel schlimmer Das musste passieren! Ich habe Panik! Du fällst wie ein Meteor zur Erde Hä? Ich bin halt der Spirit-Bomber Ich gehöre zur Erde Bomber! 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 Warum sagen wir es Bomber? Bomber! Ganz ehrlich, ich mag diese Welt nicht! Zu viel Luft! Zu viel! Wie innen! Wie innen! Wie innen! Okay, ich habe glaube ich gehört, die Musikwelt ist nicht so schlimm Hier gibt es Bienen! Hier gibt es Bienen! Oh nein! Was ist das? Nein! Das sind böse Plattformen! Nein! Und Bienen! Böse Plattformen mit Bienen! Nein! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Und ich kann die Kamera nicht einstellen! Stell dich nach vorne, Mario! Sonic! Sonic! Bitte! Bitte, Sonic! Sonic! Oh Gott! Sonic! Ich habe gerade leicht Panik! Ganz leicht! Ja, ganz leicht! Ja! Gott! Ich meine, siehst du den Abstand? Ich weiß schon! Nein! Ich weiß schon, wie wir den Part nennen! Wie? In luftigen Höhen! Ja, können wir machen! Oh Gott! Der Pokémon-Kampf in luftigen Höhen! Sonnflora! Hey Sonnflora! Wie geht es dir Sonnflora? Oh Gott! Was ist das? Was? Oh! Spons, die sich wie Geister verhalten! Oh nein! Ein Albtraum! Ich hasse diese Blöcke! Ich hasse sie! Was? Okay, wie wirst du hier gelandet? Ich habe es überlegt! Ja! Hier ist eine rote Münze! Okay! Okay! Das ist... Okay! Das ist... Okay! Ich dachte, ich wäre tot! Ich habe auch gedacht, du bist gestorben! Du bist viel zu weit um! Ja! Ja! Okay! Hier gibt es einen Warp! Nein! Hier! Das ist ein One-Way Warp! Der funktioniert nicht! Das heißt, du musst ab diesem zweiten Teil da nach unten! Irgendwo! Ja! Da sieht man das drauf, oder? Da sieht man das drauf, oder? Da sieht man die... Auf diese Plattform musst du! Ja! Da hatte ich aber noch mal Glück gehabt! Fliege mich zum Sieg! Wie? So kommt man zur Röhre! Und dann machst du keinen Weitsprung! Genau darum hasse ich diese Blöcke! Genau darum! Du kannst auf denen nicht richtig... Das ist halt so! Das... Es gibt rechteckige Blöcke! Kein Mensch verwendet die in seinen Hex! Ich weiß nicht warum! Nicht nur, weil sie denken, die sind lustig! Das ist halt so! Bei diesen Blöcken kannst du nicht richtig draufstehen, weil sie nicht rechteckig sind! Die sind nicht rechteckig! Du kannst da nicht richtig draufstehen, dann fällst du ganz leicht runter! Und wenn... Weil ich jetzt Z gedrückt habe, um mich zu ducken, um einen Weitsprung zu machen... Ist folgendes passiert! Er wollte rutschen! Weil das ne Schräge ist! Darum wollte er unbedingt rutschen! Yeah! Was soll's! Du bringst mich jetzt zur Röhre! Wir müssen in diese Richtung! Hallo! Hörst du nicht? Du Block! Du Block! Nein! Nein! Oh! Du wirst auf der Plattform wieder gelandet! Ganz ehrlich! Ich mag diese Blöcke nicht! Ist es da hinten ein Riesenblock? Ja! Da hinten sind Riesenblöcke! Aber du siehst, wie dumm diese Blöcke sind! Ja! Flieg da nur rum! Sei glücklich! Dann gehen wir halt nicht zum roten Scheiterpalast! Hm! Lauf! 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 Okay, warte! Och! Siehst du, wie sehr ich die Blöcke haste? Du kannst doch nicht mal einen ordentlichen Wandsprung dran machen! Ah, mies! Das sind 8 Ecke! Und da! Okay! Da müssen wir irgendwann mal drauf! Mhm! Merken! Es gibt rechteckige Blöcke in dem Spiel! Warum nutzt die keiner? Ja! Es gibt rechteckige! Die sich genauso verhalten wie die! Nur besser! Weil die funktionieren! Die funktionieren! Ich dachte, es ist überhaupt Nintendo dabei, diese blöden Blöcke zu machen! Ich mag die nicht! Die sind böse! Wie alles in dem Spiel! Anders ist böse! Okay! Da ist auch so eine rote Münze! Oh Gott! Auf einer Riesenschaukel! Riesenschaukel! Die roten Münzen hier werden mir gefallen! Die werden mir gefallen! Ja! Auf jeden Fall! Okay! Ich muss hier nur am richtigen Zeitpunkt dann hoch springen! Das kriege ich hin! Biene! Biene! Komm Biene! Du willst sterben! Ich hab gehört, dass du sterben willst! Biene! Diese Bienen! Diese Bienen! Sie wollen einfach nicht sterben! Ja! Das ist... Das ist... Das ist... Das ist ein 2D-Bild! Das ist... Das ist eine Big Map! Wo soll ich wissen, wo die ist? Die Biene ist böse! Ah, da hinten ist noch eine rote Münze, ne? Wohin? Da auf der Blume! Da auf der Blume! Auf der pinken Blume! Ja! Ganz am Anfang! Ja! Wir sammeln sie jetzt eh nicht! Nur damit sie später bei ist! Ich würd's eh vergessen! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Und die erste! Und die erste! Ich lauf hier ganz langsam! Ganz langsam! Ganz langsam! Da hinten ist noch ein Stern! Siehst ihn! Ah ja da! Der Stern ist böse! Es sieht so aus, als ob du da laufen kannst! Nein! Du fällst da durch! Oh mies! Fällst da durch den Boden! Daran kann ich mich noch gut erinnern! Wir haben den ersten Stern dort! Und so geht's jetzt mit dieser Welt weiter! Die Welt ist böse! Sehr böse! Die ist böse! Die ist böse! Mies! Das war gut! Das war gut! Das war mies! Das war gut! Das war mies! Das war zu mies, um gut zu sein, ne? Warte, was ist eigentlich da unten in der Box? Da waren wir! In der Box waren wir schon! Da sind Münzen drin! Also an der Box! Hm! Ich hasse diese Welt! Ich hasse sie! Man sieht's! Also man merkt's! Die Musikwelt war doch nicht so schlimm! Die war viel besser! Die Musikwelt hat hauptsache Musik! Ich hasse diese Welt! Zu wenig Boden, zu viel Tod! Aber man merkt's! Wir sind schon ziemlich weit am Ende in dem Spiel! Ja! Wir sind wirklich weit in dem Spiel drin! Wirklich! Und die Lava Welt kommt danach! Die Lava Welt ist aber viel einfacher! Ja! Die Lava Welt haben wir in der letzten Folge gemacht! Ah, das sind noch schöne Zeiten! Die Lava Welt haben wir in der letzten Folge gemacht! Oh, ich hasse dich, du Block! Vor allem, wenn sie dich zu lang einquetschen! Du bist so instant tot! Weil, wenn du einfach nicht mehr weiterlaufen kannst! Kommt irgendwann mal Bowser und lacht dich aus! Das kann ich aus meiner Erfahrung mit Cheat Codes sagen! Hehehe! 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 Okay, endlich! Hallo! Ach, du blöder Block! Kommt der runter? Block? Ich glaube, stell dich mal unter den Schatten! Unter den Schatten! Ja, da kommt er runter! Siehst du, unter den Schatten hätte er mich jetzt zerquetscht! Aber dann wäre er runtergekommen! Er ist auch so runtergekommen! Was? Nicht! Du springst und dann fällst du gleich runter, oder wie? Das war eine unsich wahre Wand schon wieder! Oh nein! Nee, schon wieder! Das Spiel will mich verarschen! Das Spiel will dich mobben! Das Spiel hat mich schon gemobbt! Ich seh das nicht ein! Endlich! Yeah! Roter Schalterverlast! Du kannst fliegen! Lalalala! Ich kann flieeeegen! Und der Karim nicht! Er ist da zu viel zu dumm! Und ihr wisst, dass... Ich kann nicht singen! Ich kann nicht singen! Das geht so nicht weiter! Ich bin lieb! Wacke, bleib! Nein, das singe ich jetzt auf keinen Fall! Ich kann nicht singen! Wenn ich singe, wollt ihr nicht im Raum sein! Ich kann gut für Taubstumme singen! Ich kann nicht singen! Ich kann nicht singen! Oh nein! Oh nein! Okay, ich hab hier... Ich hab hier mittelschwere Panik! Ich hab hier mittelschwere Panik! Und schon wieder die Teile... Oh nein! warum schumpfst du dich runter mal da böse ist also warum ist immer ein wind was wie was ich mag diese welt nicht wir müssen halt den roten schalter aktivieren was glaubst du war ist ganz oben und ohne flugkappen machen ist schwer das wird quasi so möglich es ist möglich das ist nur kack schwer das ist fast unmöglich gut plan b ich mache jetzt plan b ich glaube ihr kennt noch nicht den plan b ich schon meine flugkappe zurück ohne das zu aktivieren ich kann doch die flugkappe erst holen wenn ich den schalt aktiviert habe darum plan b und danke mario dass du gesprungen bist jetzt ist sony sonic mario ist der unterschied weil die letzte folge an nein dann weiß es vielleicht beide unter drogen und moral der letzten folge ja dass das war es wirklich ich habe euch gerade die letzte folge zusammengefasst ihr könnt euch bei mir später bedanken schmetterling danke da kannst du ja da kannst du da rein die 3d sicht ist böse ich habe das jetzt nicht gesehen wie weit ich davon weg stand man kann da aber auf jeden fall rein und dann kann nicht nur eine kappe wiederholen ich zeig dir gleich wie siehst du wie böse es ist also sehr sehr böse schmetterling da hilft ihr nicht ich habe jetzt ein safestate gemacht um die zeit zu sparen das ist ja nicht schwer das tötet uns nicht es ist nur ein es ist nur dumm ich sehe einfach gleich ein safestate ich sehe einfach nicht komm danke jetzt da der schmetterling folgt dir der schmetterling ist so wir sind dann wieder in der overworld ja super eigentlich sollte man von hier aus zu dem toad gehen den ich schon mal vor jahren geholt habe aber hey ich mache das nicht und ich habe meine kappe wieder nur noch uns beeilen wir müssen uns nur noch beeilen schwimmen 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 das hilft nicht wir haben eine flugkappe damit wollen wir nicht schwimmen wir wollen fliegen ich bin homer simpson du bist nicht simpson fliegen ist lustig die simpsons dafür hast du den schon mal gesehen wer hat den nicht gesehen okay vergisst diesen plan wer hat den film aber nicht gesehen ich bitte dich jeder hat diesen film gesehen jeder der was im kopf ist die sene mit den hunden die war einfach beste harry popper oder die hunde einfach ausbrechen spring 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 zieht die raste 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 das ist dämlich platziert etwas ich muss da du musst dir so vorstellen ich muss da hochkommen da ist ein dämlicher flyger da ist wind ich darf den flyger erstmal töten sonst komme ich nicht wirklich weiter weil er mich sonst runter schlagen wird das ist ja richtig mies warum ist es immer so kacke in dem spiel manchmal und plan b bringt nix plan b ist das ist zum schiefgehen verurteilt das wird nicht klappen der rote schalter der ist toll ich darf da ganz nach oben ok wo ist der flyger wer kommt jetzt bei der stelle mit dem wind warum ist der überhaupt wind warum wurde das spiel wind einprogrammiert auch siehst du das ich hab's sogar geschafft da ich darf einen sprung machen bei dem wind na 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 ist nicht so schwer ist doch nicht so schwer wie ich gedacht habe man macht einfach auf du flyger flyger da ist oder 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 nicht nein nicht schon wieder wenn kommt kann bin roter schalter das wäre jetzt gelöst und jetzt will ich mal was ich mich mal was versuchen ich mache ein save-bade falls das dumm ist ich will jetzt was versuchen dann versuche es was was genau das ist das kann keine tschakias in seinen spielen rein darum macht man keine tschakias in seine hex rein ich hab's doch gesagt man kann damit alles kaputt machen ich hab's gesagt okay was macht eigentlich die tür die macht nix die ist einfach nur ok jetzt können wir den rest holen das ist eigentlich wirklich nicht so schwer das schwerste war es an die kaffee zu kommen kannst du auch den heißluftballern ja ich glaube da ist sogar der stern bei einem heißluftballon spawnt glaube ich ein stern plattform mit der flugkappe ist so einfach da kann ich einfach immer zum heißt ja ich kann natürlich so fliegen wie ich will weißt du was überhaupt die flugkappe hier funktioniert ja sie ist nur noch die begrenzte zeit und ich kann nicht so fliegen wie ich will sonst könnte ich jetzt einfach so geradeaus nach oben fliegen das würde ich auch tun ich meine wir würden das nicht tun einfach geradeaus nach oben ok mal gucken ich brauche ich brauche eine neue flugkappe aber wo kriegst du die herren keine ahnung ich hoffe ich muss nicht ganz nach oben und das musst du wahrscheinlich schlau geil ich will aber nicht schlau geil ach nein da hinten ist eine kappe was war das gerade im hintergrund was dieses geräusch ich auch keine ahnung ok kappe fliegen wir zum sieg wir werden sterben wer setzt alles aus unserem tod ich setze 500 euro ich setze nicht wirklich ich setze 20 gold ich habe genug gold das kann ich mir leisten du kriegst ja noch 1000 euro und ich setze meine gescheateten gold die nicht funktionieren das sind über 12.000 gewesen aber die funktionieren nicht das ist noch eine andere zahl drauf du bist nicht gestorben du bist nicht gestorben ey wo sind die letzten münzen ähm oh seit wann ist hier eine kanone wiii wiii warte da war da oben da ist ja ein mast nein da ist ja herr mast so als lehrer von mir so als lehrer von mir so als lehrer von mir was rechts da oben bestimmt und da ist schau nach oben also du kannst nicht nach oben schauen ich kann nach oben schauen ich will aber nicht das nun dämlicher pilz was soll ich mit pilzen was soll ich mit toads oder sag du was ich mit toads soll ne ich hol dir erstmal ne neue flugkappe ich brauch keine flugkappe ich brauch doch keine flugkappe ich brauch doch keine flugkappe ist da ganz oben eine warum nicht nein warum nicht was hat jetzt der sinn hierher zu kommen vielleicht sind wir bei den bäumen irgendwelche flugkappe dahin erstmal auf dem heißluftballon ich esse nichts ich esse nichts ach komm ziemlich achteckig für ein heißluftballon mhm 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 jach lang mhm 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 okay hier ist der durchgang gut dann hätten wir alles geschafft wo spawnt jetzt zerstört ernst stürmen das habe ich doch gesagt heißen luftballon das spawnt doch gleich schwer das hast du wirklich gesagt dann vergesse ich es jetzt super wirst du wirst jetzt dürfen erst mal schwimmen ach so darum gibt es die kanone ja da um uns ganz schön da hoch zu schießen es ist mir nur noch eine fluchtkarte die war doch bei den bäumen irgendwo und deine bäume die war bei den bäumen wind immerhin was muss das ist überall ist was ist das Super Mario Boa das 2 und damit meine ich das richtige Mario Boa das 2 nicht diese Schrott da Doki Doki Panik 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 oder wie man es ausspricht ich mag diesen Teil einfach nicht es ist seltsam ich hab's gespielt ich kann es nicht ich kann da muss dazu sagen ich kann alle alten Retro Spiele nicht grad wirklich gut ich hab ne Bruchlandung hier reingeschossen das musst du erstmal nachmachen perfekt die perfekte Bruchlandung und damit benden wir den Part die Krümel der Gerechtigkeit verabschieden sich verabschieden sich das habe ich zuerst gesagt ich hab's zuerst gesagt ihr sollt meinen Zeugen ich war erst da ich war erst da ich war erst da okay schießt sich doch irgendwo hin ich bin nicht in diese Welt rein geht es? yeah oh das versuchen wir dann mal im nächsten Part obwohl ich will das jetzt wissen ich will das wissen sag wenn du denkst damit ich schießen soll okay ich hab's geschafft und damit tschüss